Wie oft hast du dich allein gefühlt, wie oft hast du wohl geweint. Dein Herz war voll Traurigkeit und dein Leben war müde, kalt und wehr. Doch dann kam er, er reichte dir von Herzen seine Hand. Jesus allein ist es der Bescheid. Du nennest mich, die Zeit. Siehst du, wie schön es ist, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Sei stark, habe Mut und verzweifel nicht. Mit der Herr, er ist deine Kraft. Lass sie nie los und halte dich ganz fest an seiner Hand. Jesus allein ist es der Bescheid. Du nennest mich, die Zeit. Nur Jesus, er nimmt so viele Schmerzen. Denn er weint so wie du und ich. Dein Leben hat er gegeben, dass auch du, mein Freund, die Rettung hast. Lass sie nie los und halte dich ganz fest an seiner Hand. Jesus allein ist es der Bescheid. Jesus allein ist es der Bescheid. Aber sie ist der Bescheid. Fragen, mit der Heren und wie ein Blatt in der Scheidung ist, die Tönei von Herzenin ist. In der Beschreibung sind es der Bescheid. Die Tönei von Herzenin ist er, die Tönei von Herzenin Untertitelung des ZDF, 2020